Komm mit mir. Lass uns Deutsch üben. ABC Deutschland sagt Danke. Alles okay bei dir? Ach, weißt du, alle machen etwas Spannendes. Und ich habe einen Job in einem Copyjob. Damit ich die Miete für mich und meine Tochter zahlen kann. Und ich warte auf bessere Seiten. Du hast eine Tochter? Ja, sie ist noch ganz klein. Deshalb bin ich auch noch nicht mit dem Studium fertig. Ich habe einfach keine Zeit. Und das Studium interessiert mich auch nicht mehr so sehr. Verstehe. Und wenn du dir einen anderen Job suchst? Im Copyshop sind die Arbeitszeiten sehr flexibel. Das ist schon praktisch. Was möchtest du denn am liebsten machen? Ich träume von einem eigenen Tanzstudio. Mit Tanzkursen für Anfänger und Fortgeschrittene. Und mit einem kleinen Kaffee. Und mit einem kleinen Kaffee. Mit einem kleinen Kaffee ist das schwierig. Ich möchte eine Fortbildung machen. Damit ich mehr über Buchhaltung und so etwas lerne. Du kannst dich auch über Möglichkeiten für Förderungen informieren. Oder ich finde einen sympathischen Geschäftspartner mit viel Geld. Und mit einem kleinen Kaffee. Und mit einem kleinen Kaffee. Und mit einem kleinen Kaffee. Seid Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal. Und lasst ein Like da. APC Deutschland sagt Danke! 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 Danke!